Was eigentlich ist der Kern vom Kern dieser neuen Medienwelt zu entdecken? Vielleicht beginnen wir, wir sind hier auf dem ersten und bislang einzigen Medienschiff der Welt, auf The Pioneer One. Vielleicht beginnen wir einfach, indem ich Sie mitnehme ins Studio und wir über das Morning Briefing sprechen, das mittlerweile, ich hoffe, auch der eine oder andere von Ihnen morgens liest. Das Morning Briefing, das entsteht nicht am Morgen, sondern das entsteht am späten Nachmittag, wächst dann bis in die Nacht, Mitternacht, 1, 2 Uhr hinein, um dann am frühen Morgen zwischen 5 und 6 finalisiert zu werden. Und alles beginnt damit, dass wir mit den Korrespondenten sprechen, entweder ich oder diejenigen, die im Team verantwortlich sind für die verschiedenen Themen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017